Ihr Freunde, willkommen zu dem Video. Ich wollte euch noch sagen, warum keine Videos mehr kamen und so, weil ich diese neue App geholt, also weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll in der Love Story und zweitens, mir ist einfach nichts mehr eingefallen. Ich werde mich auf einmal entschuldigen dafür, dass da keine Videos mehr kamen und so. Das ist mir sehr leid. Ich weiß, ich geht jetzt gerade sehr leise und so. Ich bin gerade im Bett. Es ist schon 23.54 Uhr. Ich habe zwar diese neue App, aber ich habe sie nicht verstanden. Ich weiß, ich habe irgendwie die Kommentare ausgestellt, aber ich habe bemerkt, bei Diskussionen, also ich habe jetzt die Diskussionen auf dem PC, sieht man die. Die Diskussionen so macht, dass man sie sieht. Also ich kann da auch hinschreiben und so. Ich hoffe, ich könnte auch hinschreiben. Nur, ich kann es nur von meiner Mutter, den Laptop, ausrichten. Sie braucht ihn gerade zur Zeit sehr arg. Ja. Ähm, ja. Oder warte, ich kann ja auch, warte, ich kann ja auch. Ich habe voll vergessen, dass ich das noch habe. Das war's auch mein Video. Tschau.